hallo vor kurzem anfang mal kraft eternity und die pp o escape und was dann mit 20 gemacht letzte folge haben wir endlich und sein wunderbar großartigen krassen lebenskristall bekommen leute da waren wir so ein danschen haben ging zu krass gekämpft leute wir haben gegen so eine lebende blume gekämpft wir haben gegen zigtausend golems die gingen einfach nicht down heute die haben viel zu viele leben gab die habe ich aber nicht tot bekommen da haben wir gedacht wir machen den sneaky schleichen und seine vorbei und dann sagt zu machen und ich habe jetzt in kristall auch schon rüber zu x und box gebracht leute und sagt ihr seid tot und es haben die guten alten boys von uns den lebenskristall und wir können den nutzen um ein heim mitte für die gegen die bösen zu machen und alle zu retten leute ja das haben wir jetzt vorher gemacht leute und ja aber es ist diese folge machen wollte ich würde ein bisschen magie weitermachen wird weil ich wollte noch was entscheidendes machen das welt bewegende aber das hier lernen den versions ding was das ist keine ahnung leute vielleicht machen wir das heute noch aber sie eigentlich schraften wollte ist dass wir bauen bis kristall er und dann so ein ziel harmonika ding weil ich habe keinen plan was das ding ist und was an hinzugefügt wenn ich das mache crashmann spiel leute langweilig leute so du was das drückt irgendwie mein ende luft aus leute das macht das sind kein plan leute ich habe keinen plan was das ding macht wir brauchen wir brauchen planks brauchen leder und eisen das haben wir das haben wir ja alles leute dann haben wir so ein ding das können wir einfach irgendwo zu allerdings ums deko entstellen und dann ist abfahrt durchsagen so das und eisen zack gucken wir ob ich das frei hinkriegt zack zack und okay lost ich bin komplett los leute das kommentieren wir dann meinen nicht an der stelle gut erst mal falls schadet der falsche tisch windows aber egal leute ich sollte den schein gut das macht jetzt was können wir das irgendwie hier so haben wir hier mal was neues bekommen oder so leute weil ich kann ja mal meine truhen durchgehen wir da haben wir safe irgendwas neues jetzt mittlerweile und die hier bestimmt haben wir oder hier sagt so zack ist hier irgendwas neu ist alle wir können ja man waffen back vielleicht ja okay dass das gab viele punkte alter leute das das gab mal die punkte okay next level ähm dings hier das kann man machen okay man kann gefühlt alles machen was essential smeltering okay okay leute was was denn schon immer da keine ahnung leute keine ahnung ich steig bei magie eh nicht mehr durch leute was ist das okay was machst du bad haben wir noch keine stein blöcke im kanzel labs aber aber wahrscheinlich keiner kann stein blöcke mehr um was zu machen oder ne ich habe ein stück kampf haben wichtig hersteller und wir haben gewerten nitro nitron dings genug warte wie viel was muss ich stein und ein wiss kristall hiervon haben wir aber ich nicht denken leute wartet dann nehme ich dies alle leute ich habe meine rüstung repariert und hier eine neue verzauberung drauf gemacht entspannt so ich buchgenau ein bisschen verzauert dies das so was brauchen wir wir brauchen stein da haben wir stone leute kennt ihr diese leute die einfach zu stone clean stone sagen oh das war früher so ein ding frühe ganz früher der minecraft szene da hat jeder lex let's player gesagt clean stone alter obwohl das richtige engen sport aber nur stone ist es gibt nicht sowas wie clean stone oder so es hat mich früher schon immer aufgeregt leute wenn ich irgendwann mal außer sind sage clean stone alter leute kreuzigt mich kreuzigt mich einfach wenn ich irgendwann anfangen klinken zu sagen dann geht es mir nicht mehr gut leute dann wisst ihr dass es mir nicht mehr gut geht okay so aber wir müssen jetzt hier dieses teil machen um herausfinden was es macht so okay wir haben es ist zu wenig davon oder nicht genug wisst ja gut leute ja ich habe 163 ich habe doch 163 gut wir brauchen mehr bis alles klar leute er funktioniert das jetzt nicht so ja gut läuft leute wartet ich mache einfach den leute machen den wir verlagern das ding einfach leute auf entspannt ne auf entspannt verlagern wir es so hier ein bisschen weiter weg vom haus aber hier leute guckt ich habe hier 233 aber ich brauche 400 irgendwas alter muss jetzt irgend irgendwann die weit laufen oder wat genau wartet leute wartet bestimmt drüber box bei box haben wir bestimmt genug leute wir fliegen leute wir fliegen einfach mal schnell zu box rüber der doch hier hinten seinen komischen magie weit leute hier guckt hier sein komischer magie weit der zu krass ist so geht's ja fühle ich leute fühle ich und die codierung ist schon wieder ah ich krieg's kotzt leute ich krieg kurz eine codierung überlasse ich hoffe das video läuft flüssig für euch leute wenn ich krieg kurz ähm äh hier ist mein haus ich hab's heute ich hab meine ich hab mal rausgefunden leute wir haben's wir haben es so du kommst wieder dahin wir lassen es jetzt einfach da leute wir lassen es jetzt einfach so Leute was ich diese folge machen wollte diese folge wollte ich in den guten alten brief zu dem kasten gucken leute bei die letzten folgen da haben wir immer im briefkasten gucken und es ist so viel passiert leute und ich möchte ok leute wir packen erstmal unsere sachen weg bevor wir in den briefkasten gucken schauen wir ja äh dings packen wir die sache weg und wenn ich ein bisschen gedämpfter rede wir haben es gerade halb 10 vielleicht wieder mitten in der nacht aufnimmt weil ich zeitlich nicht geschafft hab und soll dass das letzte video mitten in der nacht kam ich hab's da jetzt halt nicht geschafft leute ich hoffe man kann es berücksichtigen ich mach auch fehler leute ich schaff's auch nicht immer ich hab das ganze jahr sonst so gut es geht pünktlich gebracht und sogar bonus videos und extra alles leute also könnt ihr so erstmal hoffentlich aber egal leute wir schauen jetzt in den briefkasten ein angebot ok leute was kommt da was für ein angebot leute ok spiegelasch gefühlt alles geht meine meisterin frailer möchte dass du zu ihr kommst sie hat ein angebot für dich dass du nicht abschlagen kannst du weißt ja wo es ist alles klar leute frailer frailer möchte ein angebot soweit ich mich erinnere war letztes mal so dass sie mich weggeschickt hat weil die jetzt im skat boy alleine besiegen möchte alles klar leute ok wir sind bewaffnet und so äh du warst frailer oder nein äh dann warst du frailer ja leute die bohrpages heißen alle gefühlt also ok nether nether ok leute hier der gute alte nether hier die festung von frailer da oben sind auch schon die magma monster und alles leute kundieren weil das ok da ist ein frailer klo und dings böse rübergang leute aber ja nether laggt fühle ich ja mal komplett alter leute falsch aber ich würde sagen ab geht's rüber zur frailer äh leute leute hahaha warum warum ist hier bad frailer was hast du gemacht leute warum ist hier überall bad rock leute findest du denn die falle schlecht es muss man schon sagen leute schlecht schalacht 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 ist das neu schlecht du wirst niemals rauskommen ahja wirklich leute ich mache einfach diesen jump gleiten und fertig leute ich habe versucht mit dir vernünftig zu reden aber ja leute genau hat sie versucht ok ja stimmt sie hat sie hat noch das letzte mal nett mit mir geredet wo wir den äh raumkristall bekommen haben aber du hast mich aber bestohlen ich versucht habe für uns wo ich es versucht habe für uns die wirst uns fest glauben alles klar du musst nicht den fahrrad einschlagen können es kooperieren und was habe ich dann davon äh ich werde dich sonst töten ahja versuch es leute ich ich kann easy an den vorbei oder so leute alles da erstmal lila verpackt da dings bad rock block fühle ich leute komplett fühle wir könnten immer noch zusammen die welt beherrschen und verderben nix da gar nix leute leute ich lasse dir auch die hälfte normal alles klar leute zack ok hier sagst du nix da nix da ok leute hier mir reicht es ah hier zu frailer guck ok jetzt ja auch schon wieder bad rock lass das wassen dass ich hochkomme was willst du machen was will denn die schwache kleine frailer machen leute ahja jetzt macht sie ein offnet jetzt macht sie ein offnet oder was äh hi ist gellig hi ahja leute was versuchst du da ich bin zu krass ja du siehst du machst mir keinen schaden ich bin einfach zu krass leute mit meiner krassen rüste und bekommst du keinen schaden bin zu krass naja ich sag's doch ich bin zu krass könnte nochmal über alles reden du kommst mit mir mit und ich heile dich und wir vernichten die bösen und machen das fährt der win gut sollte aber aber abarbeiten alles leute das ist das ist mein handelsvorschlag an an trailer aber sonst kommt die klinge will nicht töten nur wenn ich dich heilen darf blei alter nur wenn ich äh lass ihn äh bleibst du am leben kannst was ja ich kann dich heilen hei alter heilen so äh mich heilen ich will nicht geheilt werden doch das willst du leute sie weh geheilt werden ich fühl mich so wohl ah ja auch dass du bald tot bist tot ist fühlt sich da auch was geht bei diesen blöcken ab leute alles klar okay okay ich mach's gut also du ziehst deine äh hunde ab und wir gehen zu mir töst mich nicht und ich lasse mich heilen ja okay sie ist also so eine person die schiss von tot hat muss man ihr einfach nur genug drohen ne dann können wir ja die anderen versklaven nein wir versklaven niemand denn geh schon mal vor äh wir versklaven ich verarsche ihn nur was 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 hat sie gesagt äh nix okay dann lass ich hier hochgehen sie möchte ja auch hoch klar alles klar okay sie meinten tun mir nichts gut seht ihr jetzt lasst uns raus guckt leute da tun sie uns also nichts also alles gut äh okay hier geht's runter nice äh alles klar leute da hast du erstmal durch eine bedrock äh bedrock band geglitscht alles alles klar gönn dir leute das passiert wenn ihr durch wände glitscht die hast du bald alter bald nicht mehr ich möchte sie nicht verlieren egal du willst leben oder ja egal leute ich würde sagen ich bringe jetzt frailer nach hause leute ja wo lang warte heute ich bringe frailer gleich nach hause wieso immer erst ein portal und so leute ich hab die kurz noch leute ist sagen weil ich würde sagen wenn ich diese folge feinert dann lass doch keine weitere bilden zu fahrer passen abonnieren und so sind schaub litte booh